Nachdenkseiten Die kritische Website OPCW-Vorstand wird beschuldigt, den Untersuchungsbericht zu einem angeblichen Angriff mit Chemiewaffen in Syrien manipuliert zu haben. Von Karin Leukefeld, verantwortlich Redaktion Internationale Persönlichkeiten fordern Rederecht für Mitglieder der Duma-Untersuchungsmission. Pünktlich zum Auftakt der Jahreskonferenz der OPCW-Vertragsstaaten veröffentlicht Wikileaks eine weitere interne E-Mail der Fact-Finding-Mission, der Organisation, die die Kritik am OPCW-Bericht zu dem angeblichen Giftgasangriff in Duma untermauert. Karin Leukefeld berichtet für die Nachdenkseiten über die jüngsten Entwicklungen und gibt dabei noch einmal eine Übersicht unter eine Untersuchung, die die Arbeit der Organisation zum Schutz vor Chemiewaffen OPCW in keinem guten Licht dastehen lässt. Betreff Schwerste Bedenken über den bearbeiteten Duma-Bericht So ist die E-Mail eines Ermittlers der Organisation zum Verbot für Chemiewaffen OPCW überschrieben, die von der Internetplattform Wikileaks am Sonntag veröffentlicht wurde. Der Autor schreibt, er wolle, als Mitglied des FFM-Teams, das die Untersuchung des angeblichen chemischen Angriffs in Duma am 7. April durchgeführt hat, seine schwersten Bedenken über die bearbeitete Fassung des FFM-Berichts zum Ausdruck bringen, der, wie ich verstehe, auf Geheiß des ODG vorgenommen worden sei. FFM ist die Abkürzung für Fact-Finding-Mission, eine Sonderabteilung innerhalb der OPCW, die sich seit 2014 speziell mit Syrien befasst. ODG ist die Abkürzung für Office of the General Director, den offiziellen Leiter der OPCW. Damaliger Generaldirektor war Ahmet Ützünzü. Die von Wikileaks veröffentlichte interne Nachricht wurde am 22. Juni 2018 an den Kabinettschef Robert Fairweather und dessen Stellvertreter Amir Shuket sowie an die Mitglieder des FFM-Untersuchungsteams geschickt, die den angeblichen Chemiewaffenangriff in der syrischen Stadt Duma, östlich von Damaskus, untersuchen sollte. Nachdem der Autor den abgeänderten Bericht gelesen habe, sei ihm aufgefallen, wie sehr der Sachverhalt verdreht worden sei. Viele Tatsachen und Beobachtungen, die im vollständigen Bericht erläutert worden seien, seien untrennbar miteinander verbunden. Indem aber selektiv bestimmte Fakten ausgelassen werden, wird eine unbeabsichtigte Tendenz in den Bericht eingeführt, die seine Glaubwürdigkeit untergräbt. Andererseits seien wesentliche Tatsachen, die in der bearbeiteten Fassung verblieben, in etwas völlig anderes verwandelt worden, als es ursprünglich skizziert worden war. Der Autor erläutert anschließend einige Aspekte, die er als besonders besorgniserregend bezeichnet. Am Ende des Schreibens heißt es, sollte der bearbeitete Bericht trotz schwerster Bedenken veröffentlicht werden, bitte er darum, seine abweichenden Beobachtungen hinzuzufügen. Das entspreche dem Geist von § 62 Teil 2 des Vertifikationsanhangs der Chemiewaffenkonvention. Bedenken und Bitte des Autors wurden ignoriert. Der offizielle Abschlussbericht zu dem angeblichen Chemiewaffenangriff in Duma wurde am 1. März 2019 veröffentlicht. Abweichende Beobachtungen waren nicht enthalten. Internationale Persönlichkeiten fordern Rederecht für Mitglieder der OPCW-Untersuchungskommission auf der Jahreskonferenz der Vertragsstaaten. Die Veröffentlichung der internen E-Mail durch Wikileaks kommt zum Auftakt der Jahreskonferenz der OPCW-Vertragsstaaten, die am heutigen Montag am Sitz der Organisation in Den Haag beginnt und bis zum kommenden Freitag dauert. Sie bekräftigt die Aussagen von anderen Mitgliedern der OPCW, deren Widerspruch zum offiziellen Abschlussbericht der Ereignisse in Duma bereits im Mai 2019 und erneut im Oktober 2019 zu hören war, wie auch die Nachdenkseiten berichteten. Innerhalb des Artikels finden Sie zahlreiche weiterführende Verlinkungen. Im Mai 2019 war auf unbekannten Wegen ein OPCW-interner Untersuchungsbericht an die Öffentlichkeit gelangt, der sich mit der Herkunft von zwei Chlorzylindern befasst, die in zwei Wohnhäusern in Duma aufgefunden worden waren. Augenzeugen gaben an, die Zylinder seien von der syrischen Luftwaffe abgeworfen worden. Der untersuchende Ballistiker Ian Henderson kam zu dem Schluss, dass die Beobachtungen der Situation an den beiden Orten zusammen mit der anschließenden Analyse darauf hinweisen, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass beide Zylinder per Hand an den beiden Orten abgelegt wurden, als dass sie von einem Flugzeug abgeworfen wurden. Weiterer Widerspruch wurde von einem OPCW-Mitarbeiter erhoben, der, wie Henderson, an der Duma-Untersuchungsmission teilgenommen hatte. Bei einem ganztägigen Seminar in Brüssel am 15. Oktober 2019 erläuterte dieser Wissenschaftler namens Erlex vor einem internationalen Gremium die Umstände, unter denen der Duma-Abschlussbericht zustande gekommen war und welche Abweichungen es zu den ursprünglichen Untersuchungen gab. Die Teilnehmer des Seminars, internationale Persönlichkeiten aus Politik, Forschung, Militär- und Geheimdiensten, zeigten sich beunruhigt über die Informationen, die deutlich darauf hinwiesen, dass erheblicher Druck ausgeübt worden war. Der veröffentlichte Bericht entsprach zwar bestimmten Erwartungen, nicht aber allen Tatsachen, hieß es in einer Erklärung. Sie forderten, dass das gesamte Untersuchungsteam des angeblichen Chemiewaffenangriffs in Duma die Möglichkeit bekommen sollte, bei der diesjährigen Konferenz der OPCW-Vertragsstaaten in einem geeigneten Rahmen ihre abweichenden Erkenntnisse und Analysen vorzutragen und die Duma-Untersuchung neu aufgenommen werden solle. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, wandten sich vor wenigen Tagen erneut internationale Persönlichkeiten mit einem offenen Brief an die Vertretungen der Vertragsstaaten bei der OPCW. Mit Hinweis auf das Oktober-Seminar in Brüssel heißt es, um die Integrität der OPCW wiederherzustellen und das öffentliche Vertrauen zurückzugewinnen, sei es erforderlich, die Wahrheit über das Geschehen in Duma zu erfahren. Die Vertreter der Vertragsstaaten sollten unterstützen und ermöglichen, dass die Mitglieder des Fact-Finding-Mission-Teams der Duma-Untersuchung frei und ohne Risiko zensiert zu werden in einem angemessenen Forum sprechen können. Zu den Unterzeichnern gehören neben José Bustani dem ersten OPCW-Generaldirektor 1997 bis 2002, George Carey, der ehemalige Erzbischof von Canterbury, Norm Kromsky, der Journalist und Dokumentarfilmer John Pilger, Scott Ritter, UNS-Kaumwaffeninspektor unter anderem im Irak 1991 bis 1998, Hans von Sponek, ehemaliger stellvertretender UN-Generalsekretär und humanitärer Koordinator der UNO im Irak, sowie Theodor Postul, Professor emeritiert am Massachusetts Institute of Technology, MIT. Hinzu kommen zahlreiche ehemalige Geheimdienstmitarbeiter aus Frankreich, Großbritannien und den USA. Das Auswärtige Amt weist Anliegen zurück Das Auswärtige Amt, dem die deutsche Vertretung bei der OPCW untersteht, sieht keinen Grund, das Anliegen zu unterstützen. Man habe keinen Grund, an dem Bericht zu zweifeln und weise daher, versuche die Glaubwürdigkeit der OPCW zu unterminieren, entschieden zurück, hieß es in einer Antwort des Ministeriums auf die Anfrage der Autoren. OPCW ist die deutsche Abkürzung für Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Weiter war aus dem Auswärtigen Amt zu hören, Zitat, Der Bundesregierung ist die Kritik bekannt. Die Kritik an dem Bericht wurde wiederholt durch den Generaldirektor der OPCW zurückgewiesen und der Sachverhalt gegenüber den Vertragsstaaten der Organisation richtiggestellt. Die Bundesregierung hat vollstes Vertrauen in die technische Expertise, Professionalität, Unabhängigkeit und Überparteilichkeit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW. Die Bundesregierung unterstützt den Generaldirektor, der die Pflicht hat, die Identität der einzelnen FFM-Mitglieder zu schützen, um deren Unabhängigkeit und damit die Unparteilichkeit der FFM-Berichte zu garantieren. Die Vertraulichkeit der Arbeiten aller Inspektoren muss gewahrt bleiben. Der Bericht der Organisation zu den Vorfällen in Duma vom 01.03.2019 wurde unter strikter Einhaltung der Verfahrensregeln erstellt, die die Vertragsstaaten vorgegeben hatten. Die Bundesregierung sieht weder prozedural noch inhaltlich einen Grund, an den Ergebnissen des Berichts zu zweifeln. Versuche, die Glaubwürdigkeit der OPCW zu unterminieren, weisen wir entschieden zurück. Vor diesem Hintergrund ist eine erneute Befassung mit dem Bericht der Fact-Finding-Mission FFM zu Duma auf der Vertragsstaatenkonferenz nicht vorgesehen. Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, englisch OPCW, wurde 1997 gegründet. Heute gehören ihr 193 Staaten an, die die Chemiewaffenkonvention unterschrieben haben. Einziger Staat, der die Konvention zwar unterzeichnet, im Parlament, aber bisher nicht ratifiziert hat, ist Israel. Höchstes Gremium der OPCW ist die Konferenz der Vertragsstaaten, die einmal jährlich tagt. Dem Exekutivrat gehören 41 gewählte Mitgliedstaaten aus allen Kontinenten an. Der Sitz im Exekutivrat ist rotierend für jeweils zwei Jahre. Deutschland gehört dem Exekutivrat bis 2021 an. 500 Mitarbeiter sind im Technischen Sekretariat für die anfallende Arbeit zuständig. Der OPCW-Generaldirektor wird alle vier Jahre von der Konferenz der Vertragsstaaten gewählt. Derzeitiger Generaldirektor ist Fernando Arias, der Ende 2017 gewählt wurde und sein Amt im Juli 2018 antrat. Die OPCW gilt als unabhängige internationale Organisation, ist allerdings vertraglich mit den Vereinten Nationen UNO verbunden. Alle 193 Mitgliedstaaten der OPCW gehören auch der UNO an. Den Jahresetat 2019 von rund 70 Milliarden Euro finanziert die OPCW durch Mitgliedsbeiträge. Größte Geldgeber sind die USA mit 22 Prozent, Japan zahlt 19,5 Prozent und Deutschland 10 Prozent des jährlichen Budgets. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und Sie können uns auch bei uns abgeben,